Schöne Cobblestone-Pipe hier. Lava. Oh mein Gott. Da ist ja noch Lava und da. Ja, genau. Nee. Doch. So, dit läuft, dit läuft, dit läuft, dit läuft. Gleich läuft alles. Boah. Da kommt Lava raus, da kommt Wasser raus. Mr. Lava Lava. Vielleicht macht's sich. Nein, das Cobblestone. Nee, nee. Oder Obsidian. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. So. Jetzt musst du oben an mein System gleich gehen. Nee. Wenn du das brauchst. Ach so, wenn ich das brauch, ja. Naja, ich baller das jetzt da oben rein, dann ist jetzt... Mhm. Obwohl, kann er auch nicht reinballern, weil... Ja, ich hab die Part noch richtig, noch nicht richtig hingestellt. Ah, jetzt. Nein, hast du nicht. So. So schlecht. Jetzt müsste es eigentlich hoffentlich laufen, und zwar richtig. Wie ich es gerne haben möchte. Du, 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 du. Du bist ein kleiner Faggot. So. Für mich bist du ein kleiner Faggot. Faggot. Nicht Faggot. Faggot, du bist du. Ich brauch ein Stack Eisen und ein Stack Redstone. Nehme das mal. Ich bin nicht Faggot. Ein Stack. Eins. Zwei. Dün. 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 möchte kommen uns doch angeln ist xd die 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 haupte auch nicht macht er mir schuld die eisenkreis nachdem man fertig wird hier ja den meyerle konnte ich sagen die epidemann kann ich nicht gerade mal Machen wir gleich noch ein paar Laser hin, das dauert mir zu langsam. Das dauert mir zu langsam hier. Ja. Wow. Das bringt doch nix, das Tukat da, das muss richtig so zack, 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 zack. Cool. Machen wir mal grad noch die Pipes von denen. Da ist auch gelitten. Ich brauche da noch ein paar mehr. Ich pumpe da mit das. Ich brauche nur noch. Das sollte reichen. Eisenpipes. Eisenpipes. Die nehm ich mit, die nehm ich mit. Was hab ich denn für Farben? Gelb? Beine. Böck. Ach ja. Lime-Grün, Lime-Grün. Wer hat den Lime-Grün hingetan? Weiß er nicht. Hat irgendwo Farbkiste gehabt. Da ist Lime-Grünfarbe. Da hin noch. Ja, schon wieder eine Viertelstunde auf. Ja. Sehr unglaublich. Weißt du, ob man zwei verbrauchte Minimums zusammen tun kann? Ich weiß es nicht. Musst du probieren. Bestimmt nicht. Naja, leider nicht. Naja. Dann werden sie erstmal verbraucht. Rosenrot. Was kommt hier? Kaktusgrün. Das ist zu niedrig. Das. Dafür brauche ich auch Rosenrot. Zack, zack, zack. Rosenrot oder Rosenkot? Ich kann ja aus diesem Ink-Sex andere Farben machen. Mhm. Rosenrot. Zack. Komm da unten noch weg. Wieviel mach ich? Acht Kabel, ja das reicht. Acht Stacks. Und einmal das. Oh, zack, zack. Nun, 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 nun. Nun, 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 nun. Nun, 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 nun. Nun, 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 nun. Äh, 1, 2, 3, 4. Naja. Na klar, davon habe ich jetzt natürlich nicht. Alter Schwede, zieht das durch hier. Ja. Sondern muss es laufen. Schlecht. Das ist so schlecht von dir, ehrlich. Naja, die Kabel. Ich mache ja so. Diese Pipe-Kabel für die Rohre. Mhm. Die haben ja kein Red Paw, also muss ich das anders regeln hier. 25 Stück habe ich jetzt angeschlossen. Boah. Ah, ich mache gleich 30. 25 Leder. 30 oder 5. Ich weiß gar nicht, kann der Decke auch noch welche machen? Ich glaube schon, ne? Ja, nicht schon. Warte mal, war das O? Ja, genau. Ich verbrauche momentan 61 MJ. Okay. Oh. Ihr Akku ist voll. Bitte ein Ladegerät entfernen. Okay. So. Hennen. Was wird das denn jetzt? Das war mein Stuhl, weil der... Weil ich genau... Und der hat... Boah ey, das hat sich eben angehört. Und er hat... Boah ey, das hat sich eben angehört. Und er hat einen Stuhl in meinen Tisch spürt. Sonst macht das immer nix. Achso. So. So muss es laufen. So ist gut. Viele bunte Farben. Viele bunte Smart. Das LSD. Ja? Ja. Ja, so läuft's. Du kennst dich ja auch. Oh yeah. Oh. Die einzige Droge von mir ist die Liebe. Die Liebe, die macht mich so verrückt. Ah. Sollen wir jetzt? Wie sieht das jetzt rum? Love is in the air. Na 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 na. Love is in the air. Du hast doch so einen Schaden. Oh yeah. Nein. Jetzt hab ich natürlich Stein vergessen, toll. Stein, 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 Feuer, 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 Stein, 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 Stein. Dein. Hu hu hu. Stein, 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 Feuer, 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 Feuer. Du meinst, kann nur an ne Decke hier, wenn ich ihn machen würde. Ja klar. Also nochmal nach oben, Stein holen. Stein, 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 Stein. Wir stellen an. Außen ist es wieder dunkel. Mach ich hier noch welche hin? Ah ne, kann ich nicht. Ich geh jetzt nicht schlafen. Die stellen hier, die könnt ihr irgendwie wegmachen hier. Sollte reichen. So. Hu hu. Hu hu. Zwei Milch krieg ich grad ganz schön Hunger. Oh. Meinst du, ich hab nicht Hunger? Nö. Nein. Habe ich auch nicht. Nein. Machst du auch nicht. Du bist heute wieder richtig nett. Ich weiß. Wenn ich doch immer. Na ja. Ist auch nicht verkehrt. Na ja. Ist alles gut. Alles gut. Schätzelein. Zuck. Das ist mein Zaun zum Spackmus. Ehrlich. Das nervt. Nun. Boom, 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 boom. Hat das jetzt ja alles fertig gemacht? Guter Junge hier. Mal jetzt noch. Zuck. Zahin noch. 61 MJ. Wie viel hab ich dem denn eingestellt hier oben? 95. Locker. Lockerck. 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 So. Von da. Dann muss ich mir nur ein paar Laser noch wieder herstellen. Und zwar wie viel brauch ich denn dafür? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Laser brauch ich noch. Warum so viele? Warum? Können wir mal kurz schlafen? Nein. Geht grad nicht. Nein. Ich geh jetzt nicht nach oben. Ich bin in den dritten Stock. Da komm ich nicht einfach so hoch. Ach meine, du nervst, ey. Sehr froh, dass ich ein Portal unten hab. In der Etage. Ach man, ey. Du nervst damit. Wenn wir mal schlafen gehen. Mach überall Fackeln hin, oder bau dir ein Haus endlich. Ja, sehr ruhig. Ich muss das alles nur nach dem Ende bringen. Ja, ich muss hier immer... Dafür bin ich im Moment eh noch zu faul, das zu machen. Ja, merk ich. Ich leide da immer drunter. Du. Oh nein. Ja, du mobst mich. Ja, er mobbt mich. Mob, 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 Wisch, Mob, Mob. Mob ist weg. Mob, 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 Wisch, Mob. Ja, du bist Wisch, Mob. Wisch, Wisch, Mob, Wisch, Wisch, Mob. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. So, mach ich das jetzt hier. Gott ist. Gute Nacht. Naja. Wenn du meins. Das muss zurück ins System. So, sag. Sexten!? Ich sehe hier Latex. Steck Diamanten gemacht. Steck Diamanten. first. Rrrrrrrrrrrrrt mmm... Neee ...brinunst Deck-Redstone... Zack Lalalalalala... Lalalalalala... So'n bisschen Redstone holen... Ach... Er sieht als reine Kabelwirr war hier nur... Zack... Warum bist du so dumm, denkst du, Mann. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich? Ja, ist klar, ist klar. So fröhlich war ich noch nie. So, einmal hier, die Bahn ist wieder da. Einmal dit, einmal dit, einmal dit. Komm, gib mir mal so'n holles Gatter hier. Laser auf Laser geht ja nicht. Warum sind die Laser auf die Laser gesetzt? Wenn das gehen würde, wäre ich froh. Schon wieder. Guckst du einmal falsch hin oder hältst die Maus einmal ganz ein bisschen falsch und schon setzt du den Laser auf falsch? Schlecht. Ja, ne? Schlecht. So. Ich glaube, das sind 50 Laser jetzt. Klui.